Musik Sie sind die heimlichen Höhepunkte jeder Fußball-Großveranstaltung. Ganze Generationen kennen sie und haben sie gesammelt. Die Panini-Sammelbildchen. Musik Doch diesmal geht es nicht um Fußball. Diesmal geht es um unsere Heimat. Zum 70. Geburtstag des Bundeslandes Hessen erscheint das Sammelalbum Hessen sammelt Hessen. Von Goethe bis Heinz Schenk. Vom treuen Charlie, äh, hat den jemand? Bis Nico Rosberg. Hessische Spezialitäten, Wirtschaft und Kultur. Das ganze Hessenland in einem Original-Panini-Sammelalbum. Sammeln, tauschen, kleben. Und dabei die Heimat entdecken. 24 der insgesamt 314 Sticker liegen im Dezember der oberhessischen Presse bei. Das dazugehörige Sammelheft und die Stickertütchen sind in den OP-Geschäftsstellen und Agenturen sowie im Handel erhältlich. Viel Spaß beim Sammeln! Bis zum� нек Groesser honest ist. Bis zum 80. Wir kommen so ganz viel. Bis zum 80. Bis zum 80. Bis zum 50. Bis zum 80. Bis zum 80.